Optimismus ist die Fähigkeit, positiv in die Zukunft zu blicken und an einen guten Verlauf der Dinge zu glauben. Optimisten wissen, dass sie die Kraft haben, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und dass Schwierigkeiten und Krisen vorübergehend sind. Oscar Wilde sagte, am Ende wird alles gut, wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Resiliente Menschen wissen, dass auch negative Phasen zu Ende gehen und dass nach dem Regen wieder die Sonne scheint. Wie kann ich optimistischer werden? Wir konzentrieren uns im Leben oft auf Dinge, die nicht gut laufen und Fehler, die wir gemacht haben. Dadurch sieht man oft die schlechten Seiten des Lebens. Um optimistisch zu werden, kannst du dich auf die positiven Dinge des Lebens konzentrieren. Überlege dir am Abend, über welche drei Sachen du dich heute freuen kannst. Du kannst sie auch aufschreiben und so ein kleines Glückstagebuch führen. Es gibt jeden Tag kleine Dinge, über die du dich freuen kannst. Und es gibt jeden Tag Dinge, auf die du dich freuen kannst. Du kannst dir auch täglich kleine Ziele setzen. Sie sollten realistisch sein. Ziele, die du erreichen kannst, die dich aber ein bisschen fordern. Wenn du es geschafft hast, kannst du auf dich stolz sein und sammelst Erfolgserlebnisse. So kannst du trainieren, optimistischer zu werden. Du kannst du ins Herz, die du mines und Herbst. Du kannst dein Ingenmesserstelle in der Ingenmesserung. Du kannst dir das in den Augenblick setzen. Du kannst da einfach einschneignen. Und du kannst das in der Art und Weise gehen. Du kannst das in der Ingenmesserung in der Ingenmesserung. Du kannst du das in der Ingenmesserung. Also der Messerung.